Hallo, ich bin Mario Marmone und ich möchte Ihnen gerne einen jungen amerikanischen Musiker vorstellen, den ich vor zwei Jahren live im Domizil in Dortmund gesehen habe und das Konzert war für mich eines der besten ever. Er heißt Julian Large, 32 Jahre alt und ist ein außerordentlich ausdrucksstarker Musiker. Er hat eine enorme Gestaltungskraft für Melodien und spielt unglaublich dynamisch. Und was ich sehr, sehr schätze an ihm, ist seine Interaktion mit den Mitmusikern. Das alles kann man hören auf einem kleinen Live-Mitschnitt auf YouTube. Sie finden ihn unter Julian Large. I'll be seeing you live in Los Angeles. Viel Freude damit!